Oh, warte, ich hab schon mal ne Tose abgebissen. Odomann, bitte. Ja? Merkst du, wie das abfuckt? Odomann. Merkst du das? Nein, Leute, wir müssen das ganz kurz klären. Merkst du das? Ja, okay. Nie wieder. Okay, es tut mir leid, Odomann, dass ich in deiner Aufnahme gegessen hab. Von daher, bist du jetzt ordentlich? Vielleicht, mal gucken. Je nachdem. Meine Aufnahme ist ja für morgen reingeschissen, aber... Vielleicht scheiß ich in deine Reine. Kann anfangen wir an. Guck mal. Yeah, yeah. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Leute, heute spiele ich etwas ganz Neues, wo ich mich ein bisschen vielleicht von Odomann inspirieren lassen hab. Kannst du was sagen, oder? Ja, alles gut, Digga. Okay. Leute, und zwar spielen wir heute Box of Lies. Für die Leute, die nicht wissen, wie das funktioniert, ich hab ne Box und Odomann hat Boxen und wir müssen dann rein und dann entweder sagen wir die Wahrheit oder wir lügen. Und ja. Soll ich mich auch mal vorstellen, oder? Mit dabei ist auch der beste YouTuber auf der Welt, Odomann. Yeah! Yeah! Bruder, ich hab Diabetes. Wissen, wissen! Aber wieso ist das... Odomann hört auf... Wir sind Diabetes! Oh! Oh! Okay. Odomann. Zucker. Komm, komm, komm. Schau raus. Okay, Odomann. Willst du dir meinen Mund nehmen? Komm, komm, komm. Mach Fuß. Du musst dir den Mund machen, bevor du Füße hoch musst. Warte, warte. Okay. Nein. Ähm, nein. Oh! Okay, ähm... So! Willst du anfangen, Odomann oder soll ich anfangen? Ja, fang du an, Bruder. Okay. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit in mein Haus rein. Ich komm mit in dein Haus rein. Guck. Das ist mein Box auf Schwanz. Okay, Digga. Geh rein, komm. We're ready. Okay, Leute. Digga, du weißt... Ich weiß immer, wenn du lügst oder die Wahrheit zeigst. Ja. Ich kenn dich, Willkamp. Warte, ganz kurz kurz meine Reaktion, Odomann. Oh, tschüss. Oha. Hat der nicht gemacht. Okay. Okay, Odomann. Ja. Guck. In meiner Box befindet sich... Ja. Ein Teddybär. Ja. Der einen Traktor fährt. Ja. Und der ist in exklusive Barrels reingefahren und jetzt brennt da alles. Okay. Was sagst du? Sag ich die Wahrheit? Du kannst auch noch Details fragen. So, vielleicht wie der Teddybär drauf sitzt oder was da so abgeht. So noch mehr bisschen... Also, du hast gesagt gehabt, da sitzt ein Teddybär auf einem Traktor. Ja. Und er fährt in Barrels. Richtig. Und da explosiert alles. Ja, quasi. Also es brennt alles, ne? Es brennt alles, okay. Hm. Wie sitzt der Teddy drauf? Oben ganz normal oder... Ganz normal auf dem Sitz. Er fährt halt. Ganz normal, er fährt einfach. Okay. Welche Farbe hat der Traktor? Rot. Okay. Kann ich dir direkt aus dem Kopf sagen. Welche... Welche Farbe haben die Barrels? Da muss ich nochmal nachschauen. Ah, so... So Orange, Bruder. So Richtung Orange. So Richtung Orange, okay. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, Mirkan. Wie viele Barrels sind das? Ich vergesse es immer, weißt du? Eins, zwei, drei, vier. Das sind vier Barrels, Odomann. Ich sag, du sagst die Wahrheit. Sagst du die Wahrheit? Bist du dir sicher? Ja. Weil... Weißt du warum? Ja. Weil du bist reingegangen, bist rausgegangen, ohne irgendwie zu stottern oder so. Du hast gesagt, yo, das, 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 das. Also ich sag das... Ja, dann guck nach, ob du richtig hast oder nicht. Okay, ich guck nach, Digga. Oh! Oh, nein! Ich dachte so, wenn ich so richtig selbstbewusst rüberkomme, dann denkst du dir so... Hm, nee, der liegt... Nein, nein, Digga. Okay, okay. Ich kenn dich, Bruder, ich kenn dich. Okay, Bruder, dann hab ich schon... Warte. Okay, Odomann hat es jetzt richtig geraten. Bedeutet, jetzt darf er bei mir in den Raum rein, also in den Waffenraum hier rein, und sagen, welche Waffe er nimmt und welche ich dann quasi automatisch bekomme. Also... Also... Ich nehm auf jeden Fall die Ska, mein Lieber. Nee, Bruder, ich brauch nicht. Bin er der Shotgunner. Ja, der Shotgunner. Okay, Bruder. Gehen wir an deine Seite rüber. Gehen wir zu meiner Seite, Digga. Okay, Odomann, the stage is yours. Stage is mine. Okay. Okay, okay. Warte, ich muss hier nochmal kurz gucken. Kurz die Details, weißt du, die ich dir dann gleich sagen kann. Okay. Okay, ich bin ready. Bist du ready? Okay, Bruder, hau raus. Was ist in deiner Box? In meiner Box ist ein kleines Flugzeug, beziehungsweise so ein selbstgebautes, weißt du? Diese U-Boot mit so Flügel dran. Okay. Das fliegt in der Luft. Ja. Und unten drunter ist Wasser drin. In dem Flugzeug unten drin ist Wasser? Nee, nicht im Flugzeug. Das Flugzeug ist so klein, das fliegt so ein auf den. Ja, ja. Und unten drunter auf dem Boden ist Wasser und auf dem Wasser sind so immer so kleine Steinchen sind da drin. Okay. Und halt, ja, das war's. Was, was, was für Steinchen sind das? Sag mal genau so. Wie sehen die so? So kleine, also was heißt kleine, also die wurden halt verkleinert. Mhm. Aber die sind normalen Fortnite Steine, die so auf dem Boden sind. Nicht die, wo so hoch gucken, sondern die, wo auf dem Boden sind, wo wir immer benutzen in, in, in Battle-Videos oder halt normalen. Ja, normal, 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 normal. Also als, als so Pflasterwege, weißt du? Also willst du mir sagen, dass da ein U-Boot ist mit Flügeln zum Flugzeug gemacht? Ja. Das einfach über Wasser fliegt mit Stein. Genau, also so ein, so ein Flugzeug, das soll ein Flugzeug darstellen. Welche Farbe hat das Flugzeug, Bruder? Das, boah, Digga. Warte. Wird das mit Absicht stottern, weil du bei mir meintest, vorhin mit stottern, oder? Hä, nein. Das ist, ähm, oben, ist es, also in der Kabine oben, ist es gelb und unten rötlich. Also ein rötlicher Metalllack so. Guck mal, Odo, was das Ding ist. Ich kann gerade, wenn ich ehrlich bin, nur einschätzen, ob du lügst oder die Wahrheit sagst. Okay. Aber ich sag, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand baut. Ich sag, du lügst. Warum kannst du dir nicht vorstellen, dass... Ja, wer baut ein kleines Ufo mit Flügeln dran und was über Wasser fliegt? Hä? Das kann doch so normal sein. Nein, ich sag, du lügst. Okay, gut, egal. Ich sag, du lügst. Ich sag, oh, geh rein. Okay. Oh, Leute, wenn ich jetzt... Geh rein, geh rein. Du hast recht. Tschüss. Was? Ja, Digga. Hab schon gut gelogen. Hab schon gut gelogen. Sag mal. Ja, das war richtig stark. Aber das war richtig stark gelogen. Okay. Aber ich hätte mir halt nicht vorstellen können, dass jemand ein kleines Ufo mit Flügeln baut. Oh, okay, komm. Okay, komm. Ja, komm. Wobei, Schattengranaten. Ich sag Schattengranaten. Echt? Ja. Bruder, du willst Luftschlag? Du weißt gar nicht, wo ich bin. Doch. Au, mein Auge. Ah. Okay, Böker. Meine zweite Box, bist du ready? I'm ready, man. Okay, Leute. Let's do it again. Äh, was? Boah, stark, stark, stark. Okay. Bei mir in der Box. Ja. Befindet sich ein Dinosaurier. Okay. Noch ein Dinosaurier. Okay. An einem Lagerfeuer. Okay. Wo den einen Teddyband braten. Oh, okay. Ja. Ich weiß es nicht, weil du hast am Anfang vielleicht dich versprochen, weil du hast gesagt, da ist ein Dinosaurier. Charging battery. Und dann ist dir eingefallen, warte mal, da muss doch noch ein Dinosaurier und noch ein Dinosaurier. Weißt du, was ich meine? Man könnte schon daran abschätzen, dass du vielleicht lügen könntest. Aber es hört sich aber ein bisschen plausibel an, weil diese Dinosaurier da hinstellen, so ein Lagerfeuer, wie so ein Teddy gegrillt wird. Ja. Hört sich schon plausibel an. Ich sage, ich sage, du sagst die Wahrheit. Also du denkst, dass da Dinosaurier drin sind, die den Teddybären braten. Ja. Bist du dir sicher? Wirst du es einloggen, Bruder? Ich logge ein. Du sagst die Wahrheit. Du sagst die Wahrheit. Ja! Ja! Guck mal, wie brutal das aussieht. Wie brutal aussieht. Ey Leute, ich glaube, ich kann das an Odo mal nicht spielen, weil Odo und ich... Keine Ahnung. Natürlich, Digga. Du musst einfach nur besser lügen, Digga. Komm mit, Digga. Komm. 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 Ich bin der Popcorn-Spiele, ja. Nimm dir seine grüne Popcorn, Junge. Besser. Ist okay, ist okay. Ist okay, ist okay. Ist okay, ist okay. Geh, geh mit. Aber ich bin Gold halt, ne? Ja, ich bin bis jetzt komplett green. Everything eist out, Digga. So, ich bin rein. Everything. Okay. Ich setz mich. Ja, hau raus. Ja. So. Pass auf, Mirkan. Pass auf, Mirkan. Pass auf, Mirkan. Ja. Und zwar haben wir eine kleine Bühne. Ja. Auf dem Boden natürlich. Mhm. In der Mitte von der Bühne ist ein Mikrofon. Ja. Und davor ein Teddy, der einen auf den so singt, weißt du? Ja. Und im Hintergrund sind rechts und links zwei Schilde, wo halt dieses, kennst du dieses Schilde, wo nicht tanzen drauf? Ja, ja. Nochmal, nochmal, nochmal. Da sind die zwei Schilde rechts und in der Mitte hinter dem Teddybär ist so eine Box, so eine Musikbox. Guck mal, von vor hinein kann ich sagen, dass du auf sehr, sehr viele Details geachtet hast und ich weiß nicht, ob du mich damit einfach nur catchen willst, dass du sehr, sehr stark lügst und dass du dann willst, dass ich Ja sag, weißt du, wie ich mein? Okay. Das Ding ist ein Mikrofon, wohin guckt der Teddybär? Guckt der zu dir oder guckt der... Er guckt zum Mikrofon, also zu mir. Also wenn du jetzt so davor stehst, guckt der zu mir. Also gibt... Also so wie ich dich anguck, so in die Richtung guckt der. Also gibt der Teddy quasi ein Konzert mit Schildern, wo drauf steht, dass die Leute im Publikum nicht tanzen dürfen. Also... Boah, krass. Okay. Ist der Teddybär größer als die Schilder? Nein. Nicht. Nein, die Schilder sind größer als der Teddy. Schwierig. Okay. Das Ding ist halt, ich sag, du sagst... Die... Das ist schwierig. Ich sag, du sagst die Wahrheit. Okay. Sicher? Ja. Ganz sicher? Das Ding ist, mal gucken, ob meine Theorie jetzt auch geht, ob du gelogen hast wegen den kompletten Details. Papa! Ey, was? Was? Ey, nein. Nein, 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 nein. Junge, hier, guck mal. Ich geh mich down machen. Aber! Aber! Hey, was, Digga? Das gelogen... Bruder, ich glaub denen nie wieder was. Jetzt weiß ich nicht, wenn unserer Freundin auch du lügst oder nicht. Hä? Natürlich, ich mag dich nicht. Also... Oh, warte mal. Jetzt ist schwierig. Was nehm ich, Digga? Beides stark, ne? Ah, beides ist stark, Digga. Wow, die Stinkbomben könnten abfacken, aber das Schrott ist auch nicht. Aber, Bruder, vergiss nicht. Ich hab... Ja, Schrott ist krass. Du weißt, ich hab Schattengranaten, ne? Ich bin schnell unterwegs. Alles Gute, Digga, alles Gute. Okay, Odoman, kommen wir zu meinem Letzten. Let's go. Nr. 3. Leute, diesmal, ich lüg richtig gut, okay? So, ich warte hier, Bruder. Du hast grad gesagt, ich lüg richtig gut. Ja. Okay. 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 Pass auf. Bist du ready? Ich bin ready. Passt du auf. Ich passe auf, Bruder. Guck, da sind zwei Schneemänner drin. Ja? Und die spielen Basketball. Okay. Und nicht im Winter, sondern so mit grünen Bäumen und so mit im Hintergrund. Okay. Ja. Welche Farbe hat der Boden? Genau den, genau den gleichen, wie ich ihn hier draufstehe. Auf welcher Seite ist der Basketballkorb? Links oder rechts? Also von meiner Sicht aus. Also wenn du jetzt so stehst, links oder rechts? Auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Richtig. Ah. Ah, wir können. Aber. Ja? Aber? Da ist auch kein Basketball dabei. Da ist kein Basketball dabei. Der Korb ist auf der linken Seite. Wo, wie stehen die Schneemänner zueinander? Stehen die links und, also stehen die links, also gucken die den Basketball an, beide? Und sind hintereinander oder, wie ist das? Oder nebeneinander? Das, das ein Schneemann, der guckt grimmig. Okay. Der ist, äh, so hinten. Das ein Schneemann da, der guckt so fröhlich und der ist vorne. Oh, Digga, ich weiß nicht, ob ich dir glauben soll, Digga. Ah, ich glaub, ich glaub, du lügst mir. Komm. Bist du dir sicher? Ich glaub, du lügst, Digga. Dann guck rein. Er sagt, er guckt grimmig, Digga. Das war nicht die Frage, wo ich... Warte, er hat so richtig stolz guck rein gesagt. Guck rein. Nein! Ja, okay, guck mal einfach, Basketball ohne Basketball. Nein! Der griechig, Digga. Okay? Du hast, du hast den Fels gemacht, Digga. Okay, komm, komm. Guck, Stufe 3. Komm. Magst du MPs? Ha? Digga, komm, ich bin die Grüne, die ist geil. Nimm die Grüne. Komm. Ich wollt mich verwirren, Digga. Jetzt kommen wir zu deiner letzten Box. Digga, komm. Und da haben wir die Möglichkeit, eine Waffe auszutauschen nach unserem Belieben, falls wir möchten. Okay. Okay. Setz mich auf meinen Stuhl. Merk dir alles. Komm raus. Gut, pass auf. Wirker? Ja. Pass auf, schnelle Runde. Ja. Es gibt einen Lkw, der eine Statue transportiert. Hinten ist ein Weihnachtsbaum, also hinten links. Auf dem Boden sind so Hölzer. Und... Red nicht weiter. Und der... Red nicht weiter. Ich sag, du sagst die Wahrheit. Und der Truck brennt. Ja, du sagst die Wahrheit. Ja, komm rein. Tadam! Das war auch schnell, Digga. Ich war auch schnell. Ja, das Ding ist... Komplett so... Auf einmal hat eine Statue transportiert mit Weihnachtsbaum hinten drauf. Und so ein Unfall gegen Holzbröt, weißt? Boah, war richtig stark gebaut. Leute, echt. Einen großen Dank an der Stelle. An Odomann. Hallo? Odomann? An Polt und Odomann raus. Echt. Polt hat die Map gebaut. Die ist richtig stark geworden. Okay, Odomann. Okay. Okay. Ähm. Boah. Boah. Bein stark, Digga. Oh, Junges. Das Ding ist, mit der einen kippt man jemanden fast One-Shot. Und mit der anderen bringt man jemanden zu tanzen. Dann kann er nichts mehr machen. Ja, so Stun-mäßig, ne? Wie ein MMO. Ja, ich nehme Dings. Ich nehme tatsächlich die Boogie-Bomb, ja. Okay, dafür... Ja, ich schmeiß die hier raus. Okay, Leute. Aber ich würd' sagen, Odomann und ich haben unseren Equip. Odomann, zeig mal nochmal ganz kurz durch. Oh, ne Ska. Goldene Ska. Goldene Pump. Luftschlag. Luftschlag, auch Gold. Kottriss. Und die Pümpel. Hohohoho. Leute, meine Sachen. AR. Grüne Shotgun. Goldene MP. Dance-Granate. Und... Die Schatten-Granade. Okay, Leute. Ich würd' sagen, wir sehen uns im Battle. Bis gleich. Okay, Odomann. Okay, Odomann. Such deine Plattform. Ich... Muss... Suchen. Dieser Lama hier vorne, Leute. Das von anderer Aufnahme. Schoppa geht mir vorbei. Okay, ich hab meine... Die Plattform. Okay. Ich hab auch Plattform. Bist du ready? Ich bin ready. Drei. Zwei. Geht los. Geh, Digga, komm. Leute, wir haben... Jeder von uns hat drei Leben und... Was... Oh! Dodge, Bruder, Dodge! Was? Kann fliegen? Warte! Okay, warte, Odomann. Nein, nein, nein! Komm! Oh, willst du... In dieser Flugbette? Fliegenbette, Digga. Danach können wir abbrechen. Okay. Okay, hier! Komm, komm! Jeder weiß, was das Ding ist. Weiß, was das Ding ist. Ah! Komm! Komm! Was? Wo bist du? Wo bist du? Versteckt? Leute! Oh, der Mann! Willkamm! Willkamm! Sag mal, sag mal! Du hast du Gold, du hast du Gold, du hast du Gold, du hast du Gold! Digga, ich sticke dich jetzt, Digga! Komm! Komm, man, komm, man! Ich sticke dich! Alter, war das Klaus! Oh! Oh mein Gott, du Slow Life! Tschüss, Davos! Tschüss, Davos! Tschüss, Davos, Bruder! Der Held! Kann ich dich auch mal treffen, Digga? Bruder! Ja! Oh! Okay, Leute, wir kommen runter! Wir waren gerade... Für einen Kampf haben wir gerade abgehoben! Für einen Kampf haben wir gerade abgehoben! Okay, man kann also nur einmal springen! Nur einmal springen! Okay, also... Ich musste aber gerade die Chance ergreifen! Okay, ich hab noch ein Leben, Digga! Okay, komm! Du hast doch zwei! Ja, zwei, mein ich doch! Oh du Mann, und Mathe! Ich bin dumm! Das Ding ist... Komm, dass du mir kannst! Komm, Mitte! Komm, Mitte! Komm, Mitte! Oh! Du hast fast in mein Ding reingelaufen! Nein! Ey! Oh du Mann, du hoffst! Ey! Schieß, Digga! Ich hab gewartet, bis du runterkommst! Was ist das in der Lache? Ich dachte, Ura hat plötzlich Frosch als Hausseer! Komm, Digga! Zwei Leben beide! Komm! Komm doch! Komm doch! Aua, aua, aua! Wo bist du? Da! Steh dein Kopf drin! Oh! Ich bin schlecht! Ich bin schlecht! Digga, man nennt mich nicht umsonst! Schlecht! Warte, Mann! Tanzt du für mich? Ich hab auch OP-Sachen! Ich hab auch OP-Sachen! Nein! Tanz! Nein! Ich hab's dir gesagt! Komm, in dein Lahn rein! Du hast deinen Lebens, Digga! Echt?! Du musst noch's in, Digga! Komm! Wo bist du? Ich bin da, wo ich mit'n Rücken zur Wand sitz! Mit dem Rücken rückwärtsch stehen! Mit dem Rücken rückwärtsch stehen zur Wand! Versteck mich mal bitte, mit, Digga! Komm! Ah! Gibt es zu gern gesehen? Oh, ähm... Ähm... Ich rufe meine Ohren! Wir nehmen jetzt Obst, warte, ich bin Lowlife. Hier! Pilze! Leute, wir gehen uns voll, komm! Sind noch mehr Pilze? Wir suchen, Pilze! Digga, warum machst du so? Pilze sind ungesund! Aber tanzen ist gesund! Er trifft mich, Bruder! Ey! Hallo! Umfähr! Warte mal! Nein, umfähr! Oh! Aua! Hey, wieso war ich so schweizhaftig selbst? Du hast nachladen, du hast nachladen! Nein, ich trifft gar nicht! Ich fühlte, als würde ich wie hoch ich gesprungen bin! Nein, stopp! Ach, ich bin scheiße, Digga! Geh weg aus meinen Augen, Digga! Tschöch Leute, was für ein Fight, man! Abgesehen von der ersten Runde, da waren wir abgehoben. Aber der ist dann wieder runtergekommen! Und dann war Fliegen, und Fleit und Fleit Und Leute! Vielleicht, dass wir dir gefallen hat! Lass mit... Lass einfach gar nichts da, alter! COMMANDER GAR NICHT! Sag, dir sollm dir einen Like da lassen! Lass den Like da! Bis morgen, ciao! Bis zum nächsten Mal.